Heute ist ein ziemlich guter Tag. Morgen nehmen wir die neuen Grad mit, allerdings sind dann wieder mehr Wolken mit dabei, Sonne kaum noch zu sehen und gegen Nachmittag spätestens Fassungsrang. Der Religionsunterricht ist in den öffentlichen Schulen. Es wird uns das Misstrauen entgegengebracht. Die Sonntagsfuhm mit Marco Schreil. Und mit Alice Merton. Why so serious? Schönen Sonntagnachmittag. Die Rene gelockt wird. Die Rene gelockt wird. Die Rene gelockt wird. Die Rene. Die Rene. Die Rene. I'ma get up so I can't